Paul Postma steht ja heute vor seinem Heimdebüt, zumindest mit Publikum, mit euch und wir haben die Fans gefragt, wenn sie den Namen Paul Postma hören, was ihnen spontan dazu einfällt. Also das erste war eigentlich einfach, dass er immer zweimal getroffen hat. Ja, genau. Ja, dass er jetzt nach einer längeren Verletzungspause wieder zurückkommt und ich hoffe, dass er zur alten Form ansteigt und uns wieder hilft, so wie voriges Jahr in der Play-Off. Extrem harter Schuss, sehr guter Verteidiger, ist gekommen und war sofort da für die Mannschaft und hat der Mannschaft weitergeholfen. Echt guter Spieler. Unglaublich geiler Offensivverteidiger, passt sehr gut. Unser Torstützenkönig, genau wie vorher ist in der Defensive, passt sehr gut. Freut mich auf ihn. Marcelo, wenn ich dir Paul Postma sage, was fällt dir als Erster ein zu dem Spiel? Dass er ein guter Verteidiger ist. Und was noch? Was fällt dir noch ein? Dass er immer zweimal klingelt. Ruhigen. 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 Ruhigen.